Hallo, herzlich willkommen zu Bake My Day. Heute machen wir wieder eine selbstgemachte Backmischung für diejenigen, die schon das mit den Brownies gesehen haben. Heute gibt es das Pendant in Keksform dazu. Cookies, Triple Chocolate Chip Cookies, um genau zu sein. Die könnt ihr wunderbar dann zum Verschenken und diejenigen, die beschenkt werden, egal wie gut sie backen können, das wird auf jeden Fall gelingen, denn es müssen nur ein bisschen Butter und ein Ei dazu gefügt werden und fertig sind die besten Triple Chocolate Chip Cookies überhaupt. Also, ich habe dafür einfach eine Milchflasche genommen aus dem Supermarkt, zum Beispiel von Landliebe. Da habe ich dann im heißen Wasser mit ein bisschen Spüli die Etiketten abgelöst, gut trocknen lassen, dann meine eigenen Etiketten draufgeklebt. Die könnt ihr übrigens euch auch ausdrucken. Hier unten ist der Link dazu oder ihr malt euch selber welche. Und hinten ist die Anleitung dann für denjenigen, der beschenkt wird, der dann die nachmachen kann. So. Das gleiche auch mit dem Deckel. So und jetzt geht's ans Befüllen. Ich habe mir hier einen Trichter gebastelt aus einem Blatt Papier. Den stopfe ich hier so rein und wir fangen an. Erst mit dem Mehl. Dann eine Prise Salz. Dann Backpulver und Vanillezucker. Dann brauner Zucker. Immer mal wieder so ein bisschen schuckeln, dass es auch schön aussieht. Dann der weiße Zucker. Dann die gehobelten Nüsse. Dann die dunkle Schokolade. Dann die weiße Schokolade. Und die vollen Milchschokolade. Und Zartbitter. So. Dann Deckel drauf. Oben bleibt noch ein bisschen Platz. Aber das ist nicht schlimm. Und fertig ist unsere Keksbackmischung. Die könnt ihr jetzt so wie sie ist verschenken. Damit macht ihr bestimmt vielen Leuten eine große Freude. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar. Gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Schaut euch die anderen Videos an. Und übrigens bei Instagram gibt es immer eine kleine Preview auf das, was es als nächstes im Video gibt. Also bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020